Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Splatoon 2, dem Singleplayer-Mode. Wir werden jetzt wahnsinnig. Mit Vorgabe von Artie. Dank Artie vermute ich. Oder Artie, du wirst uns wahnsinnig machen. Okay, du wirst mich wahnsinnig machen. Ach du Scheiße. Sonst alles klar bei dir? Oh Gott. Hm, wo ist der Schlüssel? Das ist eine gute Frage. Ja, klar. Gut. Haben wir die hier schon mal weg? Ich gehe davon aus, dass die trollen und der irgendwo da ist. Okay, was aber auf jeden Fall zu sagen ist. Da ist nix, da unten. Okay. Dann kommst du ja von unten auch nicht mehr hoch. Stimmt auch wieder. Man käme ja von unten nicht mehr hoch. Runter geht immer. Aber wieder nach oben ist nicht möglich, ne. Oh, was haben wir denn da hinten? Was haben wir denn hier? Ja, mehr war es nicht. Gut, damit habe ich hier alles gefunden. Dann such mal einfach mal weiter nach dem Schlüssel. Oh, da ist er. Da ist ja super. Verdammt. Okay, sobald man den Schlüssel erhält. Das war's für heute. Shit, 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 shit. Okay, weiter. Bis hierhin hab ich's geschafft. Damit bin ich doch schon mal per Definition der Beste, oder? Mindestens. Oh, wir können es regnen lassen. Na, wenn das natürlich erlaubt ist, dann lassen wir es regnen. Schade, den Ballon hat's gerade so nicht erwischt. Doch, ich gebe zu, ich find das ein bisschen traurig, dass es den Ballon nicht erwischt hat. Aber das vieh ich schon. Aber na, ich seh ja, wir können unsere Heldenwaffe eh bald graden, upgraden. What the f... Ach du Scheiße, ey. Oh. Ja, okay, das krieg ich hin. Bye-bye. Das ist echt schön, ganz schön schwer. Das ist echt ganz schön verwirrend. Oh, shit. Okay, den hab ich erwischt. Oh, Gott, ist das böse. Aber sonst geht's euch gut. Sonst geht's euch gut. Sonst geht's euch allen gut. Oh, der kommt doch nicht hin. Okay, gut. Alles gut gemacht. Nein, auf dieses Sprungfeld geh ich jetzt nicht. Ich hab hier noch andere Dinge, die ich erforschen will. Das hier zum Beispiel. Hallo? Siehst du, das will sich gar nicht erforschen lassen. Das ist mysteriös. Okay. Jetzt kann ich auf das Sprungfeld. Schriftrolle, herringt nix, ne? Hm. Oh. Ne Rüstung. Ja, die kann ich gut gebrauchen, sag ich mal. Okay, gut zu wissen, die eine Seite fährt ab, die andere geht wieder hoch. Was auch gut zu wissen ist, ist, dass wir durchaus... Oh, shit. Oh, shit. Weg mit dir. War das alles? Huh? What? What? Oh, shit. Oh, shit. Was ist denn das? So einer. Stirbt der gleich? Ne. Vielen Spaß. Okay. Shit, 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 shit. Komm ich hin da hoch? Ja, da komm ich nicht hoch. Oh, okay. Jetzt wird's ein bisschen abgespaced. Findet ihr nicht? Ach du Scheiße. Aber ich glaube, wenn ich das mit der Splattling geschafft hab, ist alles gut. Gut, diese Plattform da oben gibt's nicht umsonst. Boah, das hat ja schon mal viel geholfen. Oh, oh, die fällt runter. Oh, oh, die fällt runter. Weg mit dir. So. Bleib dran, Nummer 4. Wo ist denn hier jetzt unser... Das gibt's doch gar nicht. Ne, das ist Deko. Kein Brathering, keine Schriftrolle. Das gibt's doch gar nicht. Momentchen mal. Das ist mir dann doch ein bisschen sehr mysteriös. Das ist mir dann doch tatsächlich ein bisschen sehr mysteriös. Das ist mir dann doch tatsächlich ein bisschen sehr mysteriös. Wait, hier ist nichts sonst. What? What? Hier ist sonst nix. Das gibt's doch gar nicht. YOLO, läuft bei dir, Mädel? Das ist nicht euer Ernst. Das ist nicht... Das ist nicht euer Ernst. YOLO, läuft bei dir, Mädel. Das ist nicht euer Ernst. Gut, weg mit dem, weg mit dem. Scheiße. Okay, okay, okay. Alles gut. Gut, ich ziehe da jetzt eine durchgehende Linie hoch. So lange, bis die wieder von vorne losgeht. So lange, bis die wieder von vorne losgeht. Ich will hier nicht nochmal sterben. Okay, jetzt kann ich durchgehend hier hoch. Zählt das als souverän? Auf jeden Fall kann ich hier nochmal hoch. Der Drehschalter. Ja, ja, passt schon. YOLO. Äh, what? Oh Gott. Ich sehe genau, was wir hier tun müssen. What the fuck? Ich habe halt einfach nichts empfunden. Ja, okay, liegt vielleicht aber auch in der Waffe. What? Äh, ja, wann kommt der jetzt zurück? Da, jetzt. Ah, das zählt schon als Tod. Natürlich, ich hätte in einem fremden Bereich. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Ihr Wichser. Ich komme wieder nicht dran. Was? Was? Weil da ein Checkpoint ist. Okay, dann komm her. Wenn du da drauf bestehst, komm her. Dann fahren wir den ganzen Weg zurück. Ist mir egal. Ich will diesen Hering haben. So. Gut. Und jetzt werde ich warten. Jetzt werde ich warten. Dieses Ding fährt bis ganz am Anfang zurück. Und so lange können wir warten. Boah, ist der gemein. Mit der Sicherheit mache ich hier schon mal überall alles so. Nur die Schriftrolle, die habe ich absolut nicht gefunden. Na, die kann ich auch im zweiten Durchgang nochmal finden. Sehr geil. Wenigstens etwas. Das war's. Mach, mach! Du bist so blöd, du bist so blöd! Geh hoch, geh hoch, geh hoch, geh hoch. Jetzt wirst du dieses blöde Ding einmal noch aktivieren. Dass wir endlich ins Ziel kommen. Oh Gott, was hasse ich diese Welt. Also den Level hasse ich hier komplett. Hol ihn dir endlich. Gut. Jetzt fehlt noch die Schriftrolle. Die werde ich zum Beginn vom nächsten Part dann hoffentlich irgendwo finden. So lange werde ich noch suchen. Man darf gespannt sein, wo die jetzt zu verstecken. Oder wo die versteckt war. Eieiei. Na, egal. Egal, immerhin haben wir schon mal den Brathering. Dann werde ich noch mal ganz schnell die Heldenwaffe auf Stufe 3 aufleveln, dass es sich auch lohnt. Und ab dann tun wir nur noch für die anderen Waffen sammeln. Sehr, sehr schön. Erhöht die Feuergeschwindigkeit. Was haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir die Killer-Heldenwaffe wahrscheinlich oder sowas. Ja, du bist nicht die Heldenwaffe. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, ob sie es schon wussten, aber die Heldenwaffe ist die da. Joa, alles klar. Pff, ha. Geil. Da werde ich jetzt mal Spaß mit haben. Gut. Also wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder. Oh je. Oder was heißt gleich wieder. Wir sehen uns in der nächsten Folge und dort werden wir dann die Schriftrolle endlich finden. Bis dahin. Servus. 2020 Musik Musik Vielen Dank.